Wir müssen jetzt das einsetzen. Das machen wir mit einem Flexgleis. Ich habe hier ein Stückchen herausgenommen und habe das auch angezeichnet. Die Länge habe ich abgemessen. Das müssen wir jetzt durchschneiden. Das werden wir jetzt machen und dann schauen wir weiter. Ich muss jetzt sagen, das ist jetzt etwas was ich noch nie gemacht habe. Und eigentlich jetzt überhaupt keinen Tau habe, wie das funktionieren soll. Und ich mich da jetzt einfach durchhandle und versuche das irgendwie zu schaffen. Ich werde das wahrscheinlich nicht sehen, weil ich das mit Bleistift angezeichnet habe. Aber eben da ist das jetzt einmal zum Abschneiden. Und das werden wir jetzt machen. Passt, jetzt haben wir das einmal abgeschnitten. Wir haben jetzt abgeschnitten und jetzt müssen wir eben die draufsetzen. Die müssten bis zum Anschlag gehen. Soweit habe ich zumindest das gemacht. Passt. Und ich will da jetzt auch das Anschlussgleis machen. Dann werde ich einmal eines auf dieser Seite dazugeben. Und das müsste da eigentlich von Dings her passen. Ich gehe jetzt auf der Dings an. Jawohl. Ähh. Moment. Nein. War nicht verkehrt. Nach hinten sollte das nicht sein. Wollen wir das nach außen gehen. So. Und jetzt müssen wir das nach außen zu geben. Seid ihr im Hintergrund hört, das ist mein Enkerle, so, das müssen wir ein bisschen weiter rein, bis zur Mitte wenn es geht, nehmen wir nicht so, dass wir, das ist zu weit, soll wir drücken, und für sich hätte das Stück der Platz, aber, naja gut, das heißt noch lange nicht, dass das nicht passt, schauen wir mal, wenn ich das zusammenstecke, dass das passen würde, gut, wie gesagt, ich bin da wirklich jetzt völlig, leider, und mir nicht sicher, wie das wirklich hinten hat, weil die anderen haben eigentlich da unten ein bisschen frei, ich zeige das euch an einem anderen Beispiel, wie seht, haben wir da unten frei bis zur Hälfte, ja, und das haben wir da jetzt natürlich nicht, aber mit Komfort trotzdem, warte einmal, das geht ein bisschen weiter rein, so, passt, dann geht das auch weiter rein, ja, passt, gut, passt, so, jetzt werden wir da noch eins auf der Seite noch machen, da müssen wir aber auch eben das auswechseln, auf der Seite machen wir jetzt das gleiche, ich glaube, bei dem vorheriges war es nicht, also wir schneiden da den da weg, ziehen den herunter, und geben dann als Ersatz, Moment, den da rauf, den geben wir jetzt da rauf, indem wir den schön rollen schieben, vielleicht noch dazu gemacht, so, den stecken wir da rauf jetzt da, passt, geht, passt, so, und den zweiten, das zweite Kabel, das Anschlusskabel kommt jetzt auf die Seite montiert, das heißt, wir müssen die auch noch rauf tun, passt, das kommt ein bisschen her weiter, dann geht das ganze ein bisschen weiter rein, das muss noch ein bisschen weiter rein, bis zur Hälften, Na, wohl nicht so richtig, aber wir werden das schon schaffen, so, indem wir den Dings ein bisschen weiter her tun, damit er da wirklich genügend Platz hat, das Problem ist, das Problem ist, dass man das immer verrutscht, so, jetzt da, hätten wir das schon ein bisschen weiter drin, so, jetzt ist er drin, so, passt, das heißt, jetzt schauen wir, dass wir das oben lassen, und normalerweise müsste das jetzt da, da hinein passen, jawohl, da haben wir leider schon festgemacht, aber es müsste da auch hinein passen, so, so, passt, das passt, das passt relativ gut, so, was wir jetzt da machen werden, ich werde mit dem gelben wirklich gleich da runter fahren, und mit dem blauen da runter fahren, das heißt, ich trenne die beiden Kabeln, und füge sie dann, ich muss sie sowieso verlängern, füge sie dann zusammen, passt, gut, jetzt haben wir noch das, sprich, wir werden gleich die andere Seite nehmen, und das dann wieder mit Bleistift anzeichnen, jetzt bohren Bleistift, oder wir machen das drückt, gut, so, wir messen das wieder, 17,9, 17,9, dann zeichnen wir das an, 17,9 angezeichnet, habe jetzt die Teile eingeschnitten, der Teil da, ich nehme das da raus, fast, und da werden wir wieder durch rein, so, so, passt, da messen wir das nach, jawohl, 17,9, so, wir haben jetzt dann wahrscheinlich das Problem, dass wir da wieder da zu wenig, dass wir da noch mehr Platz brauchen, das tun wir einfach so, mal schauen, gut, gut, heißt, einer gehört da noch weg, heißt, einer gehört da noch weg, passt, so, da gehören drei weg, eins, zwei, drei, dann müssen wir das machen, passt, dann kommen die rauf wieder, in dem Fall haben wir jetzt ja nicht das Anschlusskabel, das heißt, wir brauchen zwei Stecksverbindungen, das machen wir da genauso, passt, so, das haben wir natürlich auch, diese Stecker, da Stecksverbindungen drauf, bis zur Mitte, genau auf der anderen Seite, gegenüberliegenden, Schiene, so, passt, gut, wie ihr sehen könnt, haben wir das geschafft, wir sind zusammen, die Verbindung zum Strom haben wir auch, da muss man noch ein bisschen besser machen, so, passt, gut, ja, freut mich, da muss man das Ganze nur noch schön befestigen, da muss man das Ganze nur noch schön befestigen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.